Wir haben hier auch Auhagen und Preiser. Das Besondere bei Auhagen ist ja das Baukastensystem. Am heutigen Tag möchte der Repräsentant von Auhagen und Preiser es noch versuchen, er hat es bis jetzt noch nicht geschafft, weil die ganze Zeit Andrang war. Jetzt haben wir ein bisschen Glück, dass wir hier Zeit haben zu filmen. Das Baukastensystem mit dem Preiser mit den Inneneinrichtungen zu versehen. Das Baukastensystem von Auhagen ist eine super Ergänzung zu den einzelnen Zimmern, die Preiser mittlerweile anbietet.